Hey, kommt rein! Herzlich Willkommen im College! Herzlich Willkommen zum Karcher-College. Hier wo die Zauberei und der Wandel zu Hause. Magic! Ich geh weg! Jo 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 Freunde, wir sind heute mal wieder beim guten Karcher und zwar in Sachen Streaming unterwegs. Der gute Emil, der beim Tag der offenen Tür den Contest gewonnen hat, ist heute auch extra aus Berlin angereist. Der kann heute auftreten im Stream und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Lass mal reingehen. Wetter ist natürlich wieder top. Hier Mitte Juli, schönster Regen. Also, let's go! Hey! Tag! Na? Ja? Ist sie an? Einfach, einfach frech mal gefilmt. Geil! Ja, es ist halt hier so. Mein Statement. Was? Mein Statement. Emil. Was machst du hier? Ja, ich habe gerade geschrieben, ich habe Karcher gekauft. Ich habe Karcher gekauft. Du hast Karcher gekauft. Wir schenken dir für 1 Euro, symbolisch. Ja, ich habe auf dem Kinder Geburtstag zur Arbeit, jetzt kann ich es mir leisten. Geil! Ich glaube der Christian ist doch voll in Ordnung mit. Ja, ich glaube ich ja. Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen. Wir machen heute hier ein bisschen Gewinner-Magic. Okay, dieser Lundermann hat gewonnen, mit Abstand. Oder? Mit Abstand. Ja. Eine andere Weise aus? Aus Berlin, ne? Süd-Berlin. Süd-Berlin auch noch. Wie lange warst du unterwegs? Fünf Stunden. Ja. Da wurden die Schönen und die Reichen und Emil. Genau. Nein. Inka? Ja? Ja. Jedes Mal, wenn ich dich sehe. Machst du Pause. Möchtest du dich dazu mal äußern? Ich mache jetzt Feierabend. Was machst du? Feierabend. Aber wovon denn? Für Arbeit. Welche Arbeit denn? Ja, die hier. Ich bin jetzt schon seit sieben Stunden mindestens hier. Ich habe dich nicht einmal gesehen. So, die gehen auf Kilo. Machst du jetzt Feierabend in Ka? Ja. Wovon? Von der Arbeit. Haare. Haare körperliche Arbeit hier. Ja. Ist genehmigt. Ciao. Ein komisches Gefühl ist hier. Hier wird es. Filo quillt hier gerade den Emil. So ein bisschen. Mit einer Kerze. Weil Emil war nicht ab. Emil. Es ist jetzt kurz vor acht. Ne, kurz vor sieben. Kurz vor acht, aber fast das gleiche. Kurz vor sieben. Emil. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Du freust dich, ja? Ja, gleiche Streamzeit. Bist du, äh, nervös? Ja, klar. Was machst du denn heute? Äh, ich mach einen Effekt mit Blankokarten. Einen Effekt mit Blankokarten. Und? Er hat heute schon den ganzen Tag mit mir Zeit verbracht. Und er lebt noch. Ja. Wie war's hinter den Kulissen bis jetzt? Äh, lustig auf jeden Fall. Nicht so cool wie man sich denkt, ne? Doch schon. Ich find's cool an den Kulissen eigentlich. Emil ist ein ganz bekannter Bäcker. Der hat hier vorne... Ja, ich bin richtig... Der hat dann Karchak-Logo gebacken. Guckt euch das an. Einfach. Fettes Logo gebacken. Ja. Großartig. Emil, du bist vorbereitet, ja? Ja. Ich bin sehr gespannt. Er macht jetzt das Intro alleine. Das werden wir von hinten Backstage aufnehmen. Das ist ja lustig. Ich wünsch dir schon mal viel Glück. Ja, danke sehr. Ich weiß ja nicht, dass wir jetzt nach hier fünf Minuten oder so sind, bevor ich das geht. Wollen wir kurz. Ganz gut streamen. Heute reden wir über Top-Produkte, die jetzt nicht unbedingt von Karchak selber kommen. Aber die wir weiterempfehlen, weil wir sie sehr viel benutzen. Jetzt geht's los mit dem Intro. Ich film das mal. Vielen Dank. Emil, schön, dass du da bist. Ich werd grad noch von meiner Mutti jetzt gefilmt. Ja, ist alles vollkommen in Ordnung. Ach so, nein. Doch, mach das ruhig. Du sagst das. Doch, ja. Also, Marc, ich hab zwei Sachen hier mitgebracht. Einmal ein weißes Kartenspiel. Und noch was wirklich Besonderes. Und zwar diesen Stift. Okay. Der ist wirklich besonders. Ja, ich seh's. Sieht man, ne? Ein ganz besonderer Sharpie. Genau. Und weißt du, was an dem besonders ist? Das ist die Tinte tatsächlich. Okay. Und zwar kannst du mit der Tinte ziemlich verrückte Sachen machen. Ja. Ich zeig dir gleich mal was. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Ich will's gucken, wie du deine Emotionen kommentierst. Kannst dir irgendeine Karte rausziehen, egal welche du willst. Ganz egal? Ganz. Dann nehm ich, ich nehm die hier. Du nimmst die. Ich nehm die. Sicher? Ja. Darf ich die zeigen? Du kannst dich auch umentscheiden. Zeig's mir in die Kamera. Ich zeig's mir in die Kamera ganz kurz. Auch in die Kamera hier. Nicht vergessen, Leute. Sonst wird's kritisch. Merken, ne? Nein, du sollst natürlich mit dem Stift hier was draufschreiben, was du möchtest. Was ich möchte. Deine Kreditkarten, Nummer, deine Adresse, was du willst. Deine Telefonnummer. Ja, Telefonnummer. Okay. Hab ich gemacht? Darf ich's zeigen? Ja. Okay, hier. Ich hab hier, was ich möchte, draufgeschrieben, wie er gesagt hat. Ja? Ist aber nicht abgesprochen. Ne, ne. Anweisungen wurden ein bisschen ernst genommen von Marc, aber ist hier kein Ding. Deswegen, jetzt ist die Tinte noch normal, ne? Kannst rüberfühlen, ist noch normal. Ja. Aber wenn man die aktivieren will, muss man die Karte ziemlich genau, also eigentlich sehr genau fünf Sekunden schütteln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dadurch wird die Tinte ein Stück weit, äh, nicht flüssig, aber flüssig genug, dass du die Tinte ziehen kannst. Und zwar durch alle Karten im Kartenspiel nach oben. Okay. Das ist gut. Das ist deine Karte, ne? Das ist meine Karte, ja. Ja, das ist meine Karte. Tatsächlich, ja. Das ist deine Karte, zeig mal. Das ist meine Karte. Ja. Das ist schon mal gut, ja. Okay, wir können sogar, mit der Tinte kann man noch viel mehr machen. Und zwar kannst du deine Hand ausstrecken. Mhm. Ja, ein bisschen tiefer. Ja, genau. Und mach deine andere Hand oben drauf. Okay. Genau, ich unterschreib doch noch eine Karte. Ähm. Das ist aber eine ordentliche Unterschrift. Finde ich gut. Ja. Ich muss noch zur Schule gehen. Emil, Emil ist akribisch. Ich merk das. Gefällt mir. Hier, so. Guck mal. Jetzt ist, sieht's doch zu einfach aus, oder? Ja, guck ich auch mal drauf mit der Kamera. Guck mal, wir machen hier noch. Ich mach den Stefan Raab, so. Genau. Mach das. Okay, so. Ähm. Jetzt haben wir sogar noch ein paar Smiles. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Damit's ein bisschen schöner aussieht. 5 Sekunden schütteln. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und jetzt müssen wir beide gleichzeitig machen, okay? Du gehst von oben, von hier, nach unten, bis hier. Okay. Okay. Mach mal ganz langsam vor. Ja, genau. Bis hier. Okay. Und ich geh von hier unten, bis hier oben. Alles klar. Okay. Okay. Und wir bremsen dann ab. 3, 2, 1. Und zopp. Und jetzt sollte die Tinte gesprungen sein. Und ich hab Marks Karte in der Hand. Und, äh, schau mal, was hast du jetzt in der Hand? Den Emil. Ja. Hat geklappt. Den Emil. Ich werd verrückt. Ach, den Emil. Ich werd verrückt. Sehr geil. Tatsächlich. Sehr geil, Emil. Und jetzt kommt tatsächlich noch das Coolste, was du eigentlich noch machen kannst. Es geht noch weiter? Tatsächlich. Okay. Die Phase ist aber eigentlich, ich weiß nicht, ob das auf YouTube legal ist. Ich hoffe, äh... Absolut. Christian, falls ihr gebannt werdet, es tut mir leid. So könnte man zum Beispiel jetzt Checks oder was auch immer fälschen. Das ist eigentlich, wie gesagt, nicht legal. Das muss ich sehen jetzt. Aber so kann man zum Beispiel die Unterschrift von einer Karte auf die andere mit abziehen. Alles klar. Und jetzt ist meine Unterschrift mit auf deiner Karte drauf. Kannst du behalten, wenn du willst. Kannst du dir in die Funktion. Sehr geil. Hey, 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 hey. Sehr geil. Hey, Chad. Da geht doch mal auf jeden Fall was rein, oder? Sehr, sehr geil. Da geht mal ein bisschen Alarm. Gucken mal hier, was hier los ist. Wo sind die Einser, Freunde? Wo sind die Einser? Wo sind die Einser? Sehr, sehr, sehr geil. Wir wollen jetzt ganz viele Einsen sehen. Coole Nummer. Halbweifeln. Ja, danke sehr. Richtig cool. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Starke Nummer. Ist auch geil. Philo vloggt den Chat. Ich vlogge. Guck mal, da kommen die Einser. Guck mal, das ist alles für dich. Das ist alles für dich. Guck mal. Bam, 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 bam. Genau. Verdient. Verdient, Daniel. Absolut verdient. Freunde, ich übergebe das mal an dich kurz. Film ruhig weiter. Ich film einfach weiter. Also, man muss sagen, es war ein harter Contest. Denn wir hatten auch ein ganzes... Irgendwann mal hier... Mein Gott! Irgendwann mal... Ja, das steht ja irgendwann ab hier. Ey, wirklich. Kann doch nicht, ey. Was? Hör auf damit jetzt. Warte. Hier, und dahinter ist es um. Aua. Mann, Alter. Mach mal den Hebel. Was? Ah! Schau mal. Das ist echt so scheiße, das Ding das schon wieder geil ist. Egal, oder? Good morning, ladies and gentlemen. Ich bin jetzt gerade auf dem Sprung mal wieder zu Philo. Daher treffen wir uns heute mit Carsten Risse. Wir haben ein bisschen was über Merch zu besprechen. Ich nehme euch wie immer mit. Und ich würde sagen, wie immer... 3, 2, 1... Anfahrt! Wir sind jetzt beim Philo angekommen, Freunde. Es geht hoch. Die warten schon, die Jungs. Und ihr seid auch hier. Hier nämlich. Da. Live im Stream. Einfach mal winken. Wenn ihr Bock habt. Einfach mal winken. Grüße, ja. So. Und äh... Wir gehen jetzt. Da hoch. Zum Captain Philo. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was geht dir heute, Philo? Also wir sind eigentlich relativ mal Chili Vanilli. Denn wir machen heute so einen Magic... Magic Slam. Jam. Slam. Slam Jam. Slam Jam. Mit Carsten und mit Philo. Und mit Philo räumt im Prinzip seine ganzen Schränke leer. Ja. Hier drin ist Zeug. Genau. Er schenkt Zeug. Nur mir hat er noch nichts geschenkt. Bis auf hier so blödes Pappding. Alter. Was er selber geklaut hat beim Christian. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Aber? Das stimmt gar nicht. Das allerwichtigste ist, Freunde, dass ihr auch wisst, dass Nutella den Lichtschutzfaktor 9,7 hat. Das ist das allerwichtigste. Ist das klinisch erwiesen? Absolut. Mit 22 Stunden und 75 Minuten dürften die Klapperschlangen Rekordhalter unter den Landwirbeltieren sein, wenn es um die Dauer von Sex geht. Wie viele Minuten? Das ist 22 Stunden und 75 Minuten. Alter, wann frühstück ich jetzt? Überleben wir, du hast ja den ganzen Sonntag Sex. Warte mal, es gibt hier noch Beweisheiten. Dumbo, der kleine fliegende Elefant aus dem gleichnamigen Walt Disney Film ist der einzige Titelcharakter, der kein einziges Wort spricht. Habt ihr das gewusst? Jetzt mal im Ernst. Das ist nicht gewusst. Ich bin verblüfft gerade. Ganz wirklich. Ich bin verblüfft und schockiert zugleich. Pass auf, jetzt kommt noch mal eine Studie für die Deutschen unter euch. Ja? Steht hier drin, nicht mein Ding. Durchschnittlich lacht laut Studienergebnisse ein Deutscher rund 6 Minuten am Tag. Vor 40 Jahren war es noch dreimal so lang. Erwachsene Menschen lachen im Durchschnitt 15 Mal am Tag und Kinder 400 Mal. Ja? Aber nicht wenn Corona ist. Da gibt es nämlich nichts mehr zu lachen, oder Carsten? Äh, doch. Wenn man sich die aktuellen Ereignisse in der Politik anguckt, könnte ich mit jeden Tag tot lachen. Da hat er recht. Ja, da hat er recht. Da hat er tatsächlich. Nie war Fernsehen gucken und Nachrichten so lustig wie im Moment. Das war ja. Das ist wirklich. Hast du noch irgendwas, was ich klauen könnte, Mann? Aus dem Kreise? Klauen? Ja. Von mir? Ja, von dir. Aber wobei, du bist ja genauso mittelloser Künstler wie ich. Ich hab halt immer so viel Boxen von Tom Stone, ne? Warte, wenn du mir die noch einmal zeigst, ne, muss ich die leider verbrennen. Du hast mir, glaub ich, schon 500 Mal gezeigt. So hier, aber er ist einfach der Beste hier. Das ist der allerbeste, ne? Ähm. Ja komm, brauchst du rein. Weil ich hab nicht lange nicht mehr gemacht. Warte, man muss jetzt ganz spontan sagen, du machst einen Trick jetzt so. Oh Leute, ganz spontan. Philo zeigt einen Trick. Carsten, bist du bereit? Ich bin bereit. Ungespannt. Ehrlich? Okay. Ganz spontan. Ey, spontan gibt's hier einen kleinen Effekt, der mit 1, 2, 3, 4 Assen stattfindet. Und ganz wichtig ist auch 1, 2, 3, 4. Naja, wir nennen sie jetzt mal, ähm, indifferente Karten, weil das so ein schönes Wort ist. Das Pik Ass ist quasi, ähm, das Pik Ass ist das Ziel des Ganzen, ja? Okay? Ja? Ja. Cool. Ja? Die Asse und die indifferenten Karten, ja? Wir fangen mit den Assen an. Die Asse sollen quasi von hier nach dort wandern. Es geht nicht um die indifferenten Karten. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Denn es ist so, dass die indifferenten Karten ja nur quasi dazu da sind, um zu symbolisieren, was passiert. Das sprich, wenn ich die erste indifferente Karte hier hinlege und das erste Ass hier reinschiebe und jetzt kommt die magische Bewegung, ja? Dann ist folgendes passiert, ja? Und dann ist, äh, das erste Ass gewandert, ja? Ich würde sagen, wir machen das noch einmal. Und bei der zweiten Nummer, pass auf, werde ich es sich noch mal zeigen, ja? Red Ayes, the Red Ayes. Ja, und dann passiert folgendes. Dann ist das zweite Ass, auch genau das rote Ass. Und wieder ist... Von Fragen. Bist du diese Stelle? Hammer! Wir machen folgendes, ähm, drei Asse schon mal hier. Jetzt kommt, ähm, die letzte Karte hier in die letzte 9. Achtung, und das letzte Mal passiert es hier in meiner Hand. Und das ist ein wunderschönes Karten. Oh mein goodness! Oh mein goodness! Freaking out! Hammer! Boah! Schon ganz cool. Moment doch mal, Alter, ich muss doch... Gib mir doch mal Zeit zu starten. Also der Philo zeigt jetzt ganz spontan noch einen Trick. Ich habe Glück gehabt, dass ich die Kamera jetzt laufen habe, sonst hätten wir eine verpasst. Was? Das ist so ein intuitions... Gedöns. Gedöns... Gedönsrad. Was auf Carsten, ähm, du sollst... Die Idee dahinter ist, dass du die Asse findest, ja? Er hebt man einfach so ein Stück ab, so... Irgendwo. In mittig irgendwo, weiß ich nicht. Wo du denkst, gut. Ja, warte. Und guck mal. Hast du Asse erwischt? Nein. Ja. Ist also unglaublich schwer, kannst du hier drauflegen. Okay. Unglaublich schwer, ein Asse finden, richtig? Richtig. Außer, man hat die gewisse Fähigkeit, ja? Die sieht so aus. Achtung. Künstlerisch wertvoll. Wäre auch geil gewesen, wenn es funktioniert hätte, ja? Aber es wäre auch unfair gewesen, weil durch den Rauch hättest du es nicht gesehen. Das heißt, wenn ich es wirklich open mache, ja? Dann sieht das so aus. Und ich finde das erste Asse, ja? Guck mal, eine mehr oder eine weniger, wäre kein Asse gekommen. Krass. Pass auf. Mystery jetzt. Wunderschön. Eine mehr, eine weniger, wäre kein Asse gekommen. Wunderschön, oder? Das war das nächste Asse. Jetzt das dritte Asse ist immer das schwierigste. Warum? Weniger Asse, mehr Karten. Der Text sitzt auch schon nicht mehr. Aber auch hier. Eine mehr, eine weniger, wäre kein Asse gekommen. So, jetzt ist das große Finale. Große Finale war schwer. Denkt mal an eine Zahl zwischen... Ich weiß nicht. Zwischen... 10 und 20, aber mach es mir nicht so einfach. 14. Ah, das ist krasser. Das ist krasser. 14 ist genau. 14 ist genau meine, meine Zahl. 14 hast du gesagt, ne? 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 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 Ja, natürlich. Und das alles in Farbe nach der Werbung, meine Freunde. Tschüss. Bis später. Mach die Tür zu! Da hängt ein T-Shirt zwischen. Da hängt ein T-Shirt zwischen. Ich muss jetzt weg, Leute. Sag du noch mal hier letzte Worte. Tja, das war's schon wieder. Schön war's, intensiv war's, toll war's. Und lang war's sogar tatsächlich. Ja, lang. Machen die Huts. Final World. Ein Corona-freundliches Kopfnicken.